Hallo und Willkommen zu den Swedish Software Charts vom 10.11.2024. Alle Spiele auf Erschplatz haben wir... ...haben wir Super Mario DiChamro auf Platz 2 mit Hogwarts Legacy. Auf Platz 2 haben wir Mario & Luigi Brothership. Auf Platz 4 haben wir Lego Mafia Super Heroes. Auf Platz 5 haben wir Lego Reporter Collection. Auf Platz 6 haben wir Little Friends. Die Insel der Welpen auf Platz 8 haben wir. 7 haben wir Tuber Borg auf Platz 8 haben wir Harvest Moon. Auf Platz 9 haben wir Secret of the Lamb. Auf Platz 9 haben wir Little Lightmasters 1 und 2 Set. XDVX Downloads. Auf Erschplatz haben wir Inside. Auf Platz 4 haben wir Amongas. Auf Platz 3 haben wir Campfire. Auf Platz 4 haben wir Outlast. Sie haben wir Outlast. Outlast Bandlot. Hier auf Platz 5 haben wir Ochsenfree. Auf Platz 6 haben wir Ochsenfree 2. Lost Signals. Nee, Ochsenfree 2 würde ich gerade machen. Ochsenfree 2. Lost Signals. Auf Platz 7 haben wir Potato. Auf Platz 8 haben wir Limbo. Auf Platz 9 haben wir Rollercaster. 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 Auf Platz 9 haben wir. Das mache ich schon. Rollercaster. Der Kunde 3 kommt mit Completed Edition. Und auf Platz 10 haben wir Supermarkt. Das ist ein Supermarkt Simulator. Und auf Platz 10 haben wir. Das kann ich nicht richtig lesen. Supermarkt Owner Simulator Business. Das waren die Situation Charts vom 10.11.24. Ich denke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.